Lübbe Audio Sexy Sixty mit Charme und Schwung ins neue Jahrzehnt. Von und mit Thomas Hermanns Vorwort Was bedeutete für meine Generation früher das Alter 60? 60 war alt, richtig alt. Das waren sich mit krummen Rücken in Richtung Boden verbiegende Männchen in beiger Funktionskleidung und mit komischen kleinen Hüten. Damen, die im Gegenzug immer mehr Farben kombinierten, selbst wenn diese nicht kombinierbar waren. Ein lila Tuch zu einer gelben Jacke, zu einer blauen Stoffhose, zu immer blonder werdenden Haaren. Der Opa-und-Oma-Effekt setzte ein. Das Thema Rente lachte. Nordic-Walking-Stöcke ersetzten Cocktail-Shaker, praktische Wanderschuhe, High Heels oder elegante Anzugschuhe. Was eben noch erfolgreiche Menschen in der Mitte des Lebens waren, mutierte nun zu einem beigen Wandertrupp in Richtung Hausarzt. Kein Sex mehr, kein Stil und nun noch Bekannte aus dem Italienurlaub von vor 30 Jahren. Nächste Station, Rollator. Natürlich stimmt es, dass man, teilt man das Leben in drei Drittel und rechnet optimistisch mit 90 Jahren, ab 60 im letzten Drittel angekommen ist. Aber muss man deshalb alles aufgeben, was einem Spaß bereitet oder gut aussehen lässt? Das kann doch nicht sein. Eben noch hat man doch die Nächte durchtanzt, eben noch Stadt und Beruf gewechselt, eben noch Friseur, Lieblingsdesigner und vor allem Lieblings-Popstars ausgetauscht. Und nun? Das Problem ist, dieses Eben ist auch schon wieder 30 Jahre her. Fakt ist für mich, dass die Jahre zwischen 30 und 60 vorbeifliegen. Man sagt zwar immer, dass sich das Leben schneller anfühlt, je älter man wird, aber gerade meine 30er, 40er und 50er sind für mich turboschnell vergangen. Das liegt vielleicht daran, dass man in dieser Zeit sehr mit seinem Job beschäftigt ist, besonders wenn man einen so schönen und abwechslungsreichen Job hat wie ich. Oder Kinder großzieht, die sicher ebenfalls für genug Tempo sorgen. Oder beides. Wenn Menschen mir von ihren wichtigsten und aufregendsten Erlebnissen erzählen, liegen die oft vor dem 30. Lebensjahr. Erste Liebe und Beziehung, Berufsfindung, Städtewechsel mit Umzug, erste Reisen und Auslandsaufenthalte. Die meisten finden in dieser Lebensphase ihren Rhythmus und ihren Stil und ab 30 geht es dann um die Umsetzung. Quasi um das Ausfüllen der Planquadrate. Was steht nun im Planquadrat ab 60? Für mich steht dort mehr Ruhe, ein gewisses Innehalten und Bilanzieren und wegen des Ausstiegs aus dem Beruf eine entscheidende Zäsur, die vieles ganz neu möglich macht. Ab 60 kann der Plan neu gemalt werden. Natürlich gibt es bereits Einschränkungen. Hier und da knackt ein Gelenk oder erste grundsätzlichere körperliche Abnutzungen kommen zum Vorschein. Darüber sprechen leider viele Menschen mehr als über die Zugewinne. Und die sind doch beträchtlich. Der Erfahrungsschatz heißt zu Recht so. Man weiß, wer man ist, kennt seine Stärken und Schwächen, seine kleinen Macken und großen Talente. Man muss so vieles nicht mehr durchdenken oder angehen. Man hat schon sehr viel geschafft. Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, denke ich, Mensch Thomas, morgen musst du nicht in die Schule. Und dann freue ich mich. Für mich wiegt der Erfahrungsschatz die körperlichen Herausforderungen bei weitem auf. Lieber mache ich eine Dehnübung mehr, als nochmal den Herzschmerz der Teenagerzeit zu durchleben. Lieber gehe ich einmal mehr zum Arzt als zur Berufsberatung. Lieber esse ich einmal weniger fettiges Essen, als nochmal kochen zu lernen. Dieses Hörbuch soll ein paar Tricks und Kniffe verraten, wie ich mit dem neuen Jahrzehnt umgehen werde. Und er zählt davon, wie man Seniority nicht mit Senilität verwechseln darf. Natürlich sind meine Tricks und Kniffe oft privilegiert durch Status, Milieu, Geschlecht und besondere Begleiter. Und in diesem Hörbuch verrate ich zudem, wie ich die Sixties sexy gestalten möchte. Dazu eine Klarstellung. Sexy bedeutet für mich nicht, mit 60 in einem Tanga und einem Rihanna-Häkeltop sündig in eine Kamera zu gucken. Sexy ist für mich eine gewisse Art, mit der Welt umzugehen. Nämlich offen, selbstbewusst und ein bisschen flirtend. Sexy heißt für mich, die Welt als Spielpartner anzulächeln und sie zum Tanz aufzufordern. Sie zu umgarnen. Hier einen Drink auszugeben. In allen Lebenslagen spielerisch und leicht zu agieren, solange man das noch kann. Diese Art der Leichtigkeit, das meine ich mit Sexiness. Und die fängt für mich im Kopf an. Wenn ich mich selbst nicht mehr begehrenswert fühle, wirke ich auch auf meinem Mitmenschen wie eine praktische Tragetasche mit menschlichem Inhalt. Nur weil der Körper zum Teil seine eigenen Wege geht, muss mein Inneres nicht aufhören zu flirten. Erfahren zu sein ist für mich sexy. Wissen zu lächeln ist für mich sexy. Trotz allem immer noch Neuland zu betreten, etwas zu wagen und sich bewusst ins Unbekannte zu stürzen, ist für mich sexy. Bewusst heißt hier, mit dem Wissen über mich selbst, dass ich erst mit 60 haben kann. So kann die neue Dekade doch kommen, oder? Natürlich gehören dazu auch einiges an Energie und etwas Selbstdisziplin. Um Maren Kreumann oder Jeff Goldblum zu werden, muss man sich ein bisschen anstrengen. Sonst wird man ganz schnell dieses merkwürdig geschlechtslose deutsche Anorak-Wesen, das bei jedem Hinsetzen komische Geräusche macht. Lassen Sie uns beides kombinieren und fangen wir gleich mit einem sehr wichtigen Thema an. Sport Upkeeping Bis zum 60. Lebensjahr kann man noch alles zum Spaß machen. Da geht man zum Sport oder eben nicht. Man benutzt Pflegeprodukte oder eben nicht. Diese Spaßigkeit läuft ab mit der 6 vor der 0. Ab jetzt ist die Selbstpflege nicht mehr diskutierbar. Sie wird zur absoluten Notwendigkeit. Allerdings geht es nicht mehr darum, das Gebäude zu renovieren und hübsch zu machen, sondern darum, es instand zu halten. Und dafür muss man Energie und Zeit aufwenden. Sonst wird sich das spätestens bei der 7 rächen. Manchmal hat man fast das Gefühl, die Leute würden gleichzeitig mit dem Ergrauen der Haare ihren Körper verlassen. So, als hätten sie plötzlich gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Weil sie denken, ich bin 30 Jahre verheiratet, mich muss keiner mehr anflirten, ich bin eh nicht mehr begehrenswert. Mit so einer Einstellung fühlst du dich dann eben wie alte Leute. Und siehst auch so aus. Einige glauben vielleicht, jetzt habe ich so viel geackert und gerackert, jetzt möchte ich mich ab 60 Mal entspannen. Ja, das soll man auch. Sogar in ganz vielen Bereichen. Aber das heißt nicht, dass man seinen Körper vernachlässigen darf. Das ist für mich ein falsches Verständnis von Entspannung. Das ist Vernachlässigung. Und dieses Nachlassen und sich nicht um sich selbst kümmern, das an ein Lebensalter gekoppelt ist, halte ich für eine große Gefahr. In Deutschland leben wir eh schon im Land der Funktionskleidung. Und zusammen mit einer körperlichen Vernachlässigung beginnt dann jenseits der 60 das Unsichtbarwerden. Dass man so aussieht wie früher, davon muss man sich natürlich weiträumig verabschieden. Und auch davon, dass der Körper so viel leisten kann wie früher. Ich habe in meinen Zwanzigern in fitnessmanischen New York mit Handelsport angefangen. Damals war das alles noch spielerisch. Du freust dich, was du alles kannst. Dein Körper ist jung, es geht eigentlich immer voran. Du schaffst jede Woche ein bisschen mehr. Das ändert sich im Alter. Da passiert das Gegenteil. Du schaffst eigentlich immer weniger, wenn du nicht ständig mehr Input leistest. Also, du musst mehr arbeiten für weniger Leistung. Und wenn du in den Spiegel schaust, siehst du trotzdem nicht mehr aus wie 24. Es ist auf jeder Ebene frustrierend. Spätestens mit 60 kennt man natürlich auch die Stellen, an denen sich das Fett absetzt. Hat man mit Anfang 20 noch gerätselt, wenn ich dick werde, dann wo? So weiß man es jetzt. Man kriegt es auch wieder weg, allerdings mit viel mehr Arbeit und Anstrengung als früher. Auch dieses grundsätzliche Gefühl, das alles absackt, muss man akzeptieren. Das ist alles der natürliche Lauf der Dinge. Notfalls muss man am Foto schrauben, damit man zumindest da noch einmal so aussieht, wie man sich innen fühlt. Aber die nackte Wahrheit... Aber die nackte Wahrheit... ... ... ... ...